Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Kommt, wir sollten in der Kirche nicht nur über Liebe reden. Ich liebe dich mit der Liebe des Herrn, was immer das genau heißen soll. Liebe muss in unseren Beziehungen auch zum Ausdruck kommen. Wir sollten lernen, uns mehr Zeit für Menschen zu nehmen, anstatt immer gleich den nächsten Punkt auf unserer Liste abhaken zu wollen. Kolosser Kapitel 4 Ungefähr die Hälfte dieses Kapitels besteht aus Grüßen, die Paulus an die Gemeinde in Kolosse schickt. Außerdem stellt er dort verschiedene Menschen vor, die er zu ihnen schicken will. Ich finde es interessant, wie viel Zeit er mit diesen Grüßen verbringt, während wir uns oft nur angrunzen, wenn wir uns sehen. So nach dem Motto, hey, was geht ab? Eigentlich reden wir kaum noch miteinander. Stattdessen schicken wir Nachrichten per WhatsApp. Manchmal nervt mich der Sprachgebrauch bei dieser Art von Kommunikation. Man stellt jemandem eine Frage und bekommt okay zurück. Da denke ich, bitte rede nicht in Sätzen, die nur aus zwei Buchstaben bestehen. Oder? Hey, die moderne Technik ist eine große Hilfe, aber sie beraubt uns unserer Beziehungen. Wir sollten uns wieder mehr Zeit nehmen, um persönlich miteinander zu reden. Wenn wir auch sonst nichts aus diesem Kapitel lernen, in dem Paulus hauptsächlich Grüße sendet und einige Personen vorstellt, dann können wir zumindest erkennen und sagen, hm, die haben ja damals viel mehr Zeit in Beziehungen verbracht als wir. Vielleicht sollten wir das zum Vorbild nehmen. Das betrifft vor allem uns hier in Amerika. Unser Sohn David ist für unsere internationale Arbeit zuständig. Als wir anfingen, Büros in anderen Ländern aufzubauen, da sagte er typisch für seine starke Führungspersönlichkeit, lasst uns das über die Bühne bringen, kommt, wir packen das an. Dabei stieß er nicht wenige Menschen vor den Kopf. Ihr würdet staunen, wie viel mehr Wert man in anderen Ländern auf Beziehungen legt, als hier in Amerika. Wir konzentrieren uns nur darauf, etwas zu Ende zu bringen. Los, los, erledigen wir das und dann, nimm dir die nächste Sache vor. Wir sollten uns jedoch mehr Zeit für Menschen nehmen. Wir sollten uns mehr Zeit nehmen, unseren Kindern zuzuhören. Wir sollten uns mehr Zeit für unsere immer älter werdende Mutter nehmen, die uns bei jedem Besuch das Gleiche erzählt. Nehmt euch ein bisschen mehr Zeit für sie. Lasst sie doch mal reden. Sie ist einsam. Einmal saß ich im Wartezimmer eines Arztes. Ein älterer Herr saß ebenfalls dort. Er hatte sich das Bein gebrochen und er wollte die ganze Zeit mit mir reden, 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 reden. Ich hatte meine Bibel dabei, ich wollte geistlich sein. Kommt, da steckt eine wichtige Lektion drin. Ich betete sogar, dass der Mann mich in Ruhe ließe, damit ich meine Bibel lesen konnte. Er war ein netter, älterer Herr. Er hatte sonst niemanden, mit dem er reden konnte und er wollte mir von seinem Bein erzählen. Er machte das allerdings so langatmig, dass ich nur dachte, okay, du hast dir dein Bein gebrochen, jetzt wartest du darauf, dass man dir den Gips abnimmt, schon verstanden. Einige haben mich verstanden von euch, oder? Und was Gott in dem Moment zu mir sagte war, wenn das Billy Graham wäre, würdest du ihm dann zuhören? Ich dachte, klar doch. Ich hätte dann bestimmt gesagt, erzähl mir mehr, erzähl mir mehr. Gott machte mir dadurch Folgendes klar. Du bist an diesem Mann nur nicht interessiert, weil er nichts für dich tun kann. Kommt, wir sollten in der Kirche nicht nur über Liebe reden. Ich liebe dich mit der Liebe des Herrn, was immer das genau heißen soll. Liebe muss in unseren Beziehungen auch zum Ausdruck kommen. Wir sollten lernen, uns mehr Zeit für Menschen zu nehmen, anstatt immer gleich den nächsten Punkt auf unserer Liste abhaken zu wollen. Obwohl Kolosser Kapitel 4 zum großen Teil aus Grüßen besteht, gibt es noch vier weitere wichtige Dinge, die wir aus diesem Kapitel lernen können. In Kolosser 4, Vers 2 heißt es, hört nicht auf, zu beten und Gott zu danken. Paulus fordert uns auf, am Gebet festzuhalten und dankbar zu sein. Ich möchte ein paar Dinge zum Thema Gebet sagen. Erstens, Gebet ist keine Pflicht. Es ist das größte Privileg, das wir haben. Jedes Versagen ist ein Gebetsversagen. Es stimmt, wir sollten viel mehr beten. Aber wenn wir hinsichtlich des Betens eine falsche Einstellung haben, wenn wir es zu sehr vergeistlichen und etwas daraus machen, was es nicht ist, dann werden wir auch wenig Lust zum Beten verspüren. Man muss kein super frommer Mensch sein, um zu beten. Man muss nicht an einem bestimmten Ort sein, eine bestimmte Körperhaltung einnehmen oder eine bestimmte Zeit einhalten. Ich empfehle anderen, das Beten so zu handhaben, wie ich es tue, nämlich den ganzen Tag über zu beten. Das Beten sollte so natürlich sein wie das Atmen. Unterhaltet euch mit Gott über alles und über jeden. Es gibt nichts, jetzt hört mir zu, es gibt nichts, über das ihr mit Gott nicht reden könnt. Gebet öffnet Gott die Tür. Ihr ladet dadurch seine Kraft in euer Leben ein, um das zu ändern, was ihr selbst nicht ändern könnt, um Türen zu öffnen, die ihr selbst nicht öffnen könnt, und Türen zu schließen, die gefährlich für euch sein könnten. Durch Gebet verändern sich unsere Kinder, durch Gebet verändern wir uns. Durch Gebet blühen unsere Ehen auf. Gebet verleiht uns die Gunst, die wir in dieser Welt brauchen. Wir sollten mehr beten. Genau zu diesem Thema werde ich demnächst in unserem Fernsehstudio eine halbstündige Sendung aufnehmen. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die denken, Gott würde ihre Gebete nicht erhören. Und es gibt so viele Dinge, die Menschen versuchen, allein zu bewältigen, weil sie der Meinung sind, Gott wäre daran nicht interessiert. Gott ist an allem interessiert, was euch betrifft, ganz gleich, wie klein oder wie unwichtig es euch erscheint. Sagt Gott, wo der Schuh drückt, er will den Schmerz lindern. Sagt ihm, was euch schwerfällt, er will euch helfen. Aber es gibt ein Prinzip, wenn es um Gottes Hilfe geht, und zwar, ihr habt nicht, weil ihr nicht darum bittet. Hört nicht auf zu bitten, dann werdet ihr empfangen. Hört nicht auf zu klopfen, dann wird euch die Tür aufgetan. Hört nicht auf zu suchen, dann werdet ihr finden. In Epheser 3, Vers 20 steht, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, jetzt hört zu, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Betet mutigere Gebete. Bittet Gott um Dinge, die eure Vorstellungskraft sprengen, Dinge, bei denen ihr denkt, unmöglich. Bittet Gott im Glauben um Großes und denkt nicht darüber nach, ob ihr es eurer Meinung nach verdient habt oder nicht. Niemand von uns hat irgendetwas von dem verdient, was Gott für uns tut. Ihr solltet euch auch da nicht scheuen, wenn ihr mal richtig mies gehandelt habt. Wenn ihr einen nicht so heiligen Tag erlebt und nur mit Schuldgefühlen zu kämpfen habt. Ihr könnt den Teufel fuchsteufelswild machen, indem ihr an solchen Tagen Gott trotzdem um Hilfe bittet. Wisst ihr, das Gebet eure Verteidigungswaffe Nummer 1 gegen den Teufel ist, In einer anderen Übersetzung heißt es in Kolosser 4, Vers 2, wacht im Gebet mit Danksagung. Ich liebe 1. Petrus 5, Vers 8. Dort steht, Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst, wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dann im nächsten Vers heißt es in der Amplified Bibel, Widersteht dem Teufel von Anfang an. Das gefällt mir. Wir müssen etwas mehr darauf achten, was los ist. Sobald der Teufel versucht, uns negative Gedanken einzuflüstern, sollten wir ihm widerstehen. Sobald wir uns von jemandem beleidigt fühlen und eine Mauer zwischen uns und dem anderen aufbauen wollen, müssen wir sagen, Gott, hilf mir, das loszulassen und es zu überwinden. Ich weigere mich, diesen Tag wütend und verbittert zu verbringen. Wartet nicht, bis negative Einstellungen und schlechte Gedanken die Gelegenheit haben, Wurzeln in eurer Seele zu schlagen. Sobald etwas erst einmal tief in uns verwurzelt ist, ist es viel aufwendiger, es wieder loszuwerden, als wenn wir von Anfang an aufpassen und gleich dagegen vorgehen, wenn der Teufel etwas in uns hineinpflanzen will. Wer von euch könnte etwas entschlossener gegen den Teufel vorgehen? Nun, ich wünschte, der Teufel würde mich in Ruhe lassen. Tja, das wird er aber nicht. Lernt konkreter zu beten, als nur Allgemeines zu formulieren. Hilf mir Gott ist zwar ein gutes Gebet, aber wenn eines meiner Kinder zu mir kommen und hilf mir Mama sagen würde, wäre meine erste Frage, wobei brauchst du denn Hilfe? Segne mich, Herr. Auch das ist ein gutes Gebet, aber womit genau wollt ihr denn gesegnet werden? Was soll er für euch tun? In Philippa 4, Vers 6 steht, Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. In der englischen Amplified-Übersetzung heißt es hier, bringt Gott eure konkreten Anliegen. Konkrete Anliegen. Lasst uns nicht vage sein bei dem, was wir von Gott erbitten. Wir sollten die Dinge konkret benennen und nicht nur, hilf mir Herr oder segne mich Gott sagen. Gebet hat Kraft. Allerdings wäre es nicht sinnvoll, euch zum Beten aufzufordern, ohne euch auf ein paar Dinge hinzuweisen. In Markus 11, Vers 24 steht, Hört auf meine Worte. Ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Ihr bekommt es nicht unbedingt in dem Moment, in dem ihr darum bittet. Ihr empfangt es zwar im Geist, aber in euren Umständen zeigt es sich vielleicht erst später. Gott erhört euch, er schickt euch eine Antwort und ihr werdet das Erbetene empfangen. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt. Kommt, ihr habt etwas gegen eine bestimmte Person? Dann lasst es los. Haltet nicht daran fest, sondern lasst es los. Was schleppt ihr mit euch herum, dass ihr loslassen solltet? Also, gebt die Sache heute hier ab. Wir tun das sozusagen alles auf einen Haufen und geben es an Gott ab. Lasst es los. Vergrabt das Ganze nicht in euch, um es mit nach Hause zu nehmen und dort wieder hervorzuholen. Dann geht die Sache doch von vorne los. In der Bibel steht, wenn wir wollen, dass Gott unsere Gebete erhört, dann müssen wir anderen Menschen vergeben. Wir lassen uns so viel von der Kraft Gottes entgehen und dem Guten, das er uns eigentlich geben möchte, wenn wir anderen etwas vorwerfen und an unserem Groll festhalten, anstatt die Dinge loszulassen. Ihr werdet erstaunt, wenn ihr wüsstet, wie viele Menschen heute hier wütend auf jemanden sind und wie viele Menschen mit Wut im Bauch gerade diese Sendung sehen. Vielleicht sitzt ihr sogar neben der Person, auf die ihr wütend seid. Oh, hört zu. Ich weiß, wie das ist. Dave und ich haben uns früher auf dem Weg zur Kirche gestritten und sind auf einmal ganz fromm geworden, bis der Gottesdienst vorbei war. Auf dem Heimweg stritten wir uns dann wieder. Einige von euch kennen das bestimmt. Sobald man die Kirche betritt, heißt es, preis den Herrn, danke Jesus. Oh, Dave und Joyce, wie geht es euch? Halleluja, alles ist bestens. Doch dann, auf dem Nachhauseweg, haben wir wieder gestritten. Ich weiß noch, wie ich in der ersten Reihe stand, die Hände anbetend erhoben. Mein Mund formte die Worte der Lieder, während ich dachte, wenn er glaubt, dass ich ihm heute etwas zu essen mache. Dann hat er sich aber getäuscht. Ich werde absolut nichts für ihn kochen. Eines der Gebete, die ich gern spreche, steht in Epheser 3, Vers 16. Ich bete das regelmäßig für mich selbst, für diejenigen, die unsere Arbeit unterstützen, und für meine Familie. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Der Heilige Geist kann unsere Persönlichkeit durchdringen. Ihr solltet froh sein, dass ich darum bitte, dass der Heilige Geist meine Persönlichkeit durchdringt, okay? Also, betet, 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 und wenn ihr fertig seid, dann betet noch etwas mehr. Aber macht daraus keine religiöse Sache. Macht daraus nichts Anstrengendes, weil ihr sonst die Lust daran verliert. Und redet mit Gott einfach über alles. In Ordnung? Gut. Kolosser 4, Vers 5. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Wir sollten Weisheit walten lassen. Wir sollten unsere Zeit und unsere Chancen nutzen. Okay. Unterhalten wir uns mal kurz darüber. Gott hat seine Leute überall. Das wisst ihr. Wir sind nicht nur in der Kirche. Wir sind auch da draußen in der Gesellschaft. Wir sind in Einkaufszentren. Wir sind in Schulen. In jeder größeren Firma gibt es Christen. Jede Schule hat Christen, so gut wie jede Nachbarschaft hat Christen. Das Problem ist nur, sie vergessen, ihr Licht leuchten zu lassen. Also kann sie niemand sehen. Sie passen sich an und verhalten sich so wie alle anderen. In 2. Korinther 5, Vers 20 steht, dass wir Botschafter Christi sind. Könnt ihr alle sagen, ich arbeite für Gott? Sagt es nochmal, ich arbeite für Gott. Und jetzt, ich repräsentiere Jesus überall, wo ich hingehe. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir repräsentieren Jesus Christus. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Wüsst ihr, dass ihr möglicherweise der einzige Jesus seid, den eure Nachbarn je sehen werden? Kein Wunder, dass Paulus in Kolosser 4, Vers 5 sagt, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Wissen andere, was ihr glaubt? Ihr könnt für eure Überzeugungen einstehen, ohne super fromm rüberzukommen. Wenn ihr euch so aufführt, als wärt ihr besser als alle anderen, möchte natürlich niemand etwas mit euch zu tun haben. Hier sind einige Verhaltenstipps. Diese werden euch im Umgang mit allen Menschen zugutekommen, besonders aber in eurer Beziehung zu Nichtchristen. Sorgt dafür, dass sie sich wertgeschätzt fühlen. Sagt ihnen etwas, das sie ermutigt. Wenn andere Menschen Zeit mit uns verbracht haben, erinnern sie sich häufig nicht mehr an das, was wir gesagt haben, aber sie erinnern sich immer an das Gefühl, das wir ihnen vermittelt haben. Versteht ihr? Seid freundlich. Lächelt. Es ist erstaunlich, was ein Lächeln alles bewirken kann. Seid friedlich. Die Welt ist so aufgebracht und wünscht sich Frieden, weiß aber nicht, wie sie ihn bekommen kann. Wenn ihr unter Nichtchristen seid, in eurer Firma, in eurer Schule oder in der Nachbarschaft und inneren Frieden habt, immer die Ruhe bewahrt, wisst ihr, was dann passiert? Es wird nicht lange dauern, bis die Menschen euch fragen, was ihr habt, das euch so anders macht. Wisst ihr, manchmal versuchen wir anderen, die gute Nachricht aufzudrängen. Besser wäre es, ihnen Jesus vorzuleben und darauf zu warten, dass sie von sich aus nachfragen. Seid beständig. Seid im Umgang mit allen Menschen immer die gleiche Person. Macht euren Gemütszustand nicht von Umständen abhängig. Seid nicht so wie alle anderen. Seid ein Vorbild und seid beständig. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wie viele Versionen von euch bekommen eure Mitmenschen zu Gesicht? Bekommen die Menschen im Gottesdienst eure Sonntagmorgen-Version zu Gesicht und eure Kollegen eine ganz andere Version? Na, kommt! Zeigt Mitgefühl. Zeigt Verständnis. Kümmert euch um Menschen. Seid großzügig. Sich die Zeit zu nehmen, anderen Gutes zu tun und sie wertzuschätzen, gehört zu den wichtigsten Dingen, die ihr tun könnt. Kommen wir zum dritten Punkt in Kolosser 4. Ich weiß, ihr habt das nicht nötig, aber sprechen wir trotzdem mal darüber. Redet! Oh oh, hier geht's um unsere Worte. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Unsere Worte sollten stets passend sein und die richtige Würze haben. Bei dem vierten Prinzip geht es um geistliche Reife und ich will diese beiden Punkte mal miteinander verbinden. Woher wissen Menschen, wie reif wir geistlich sind und wie wichtig ist geistliche Reife? Paulus hat gesagt, dass er sich zum Ziel gesetzt hat, andere zu lehren und sie vor Gott als Menschen hinzustellen, die im Glauben an Jesus wirklich reif geworden sind. Ich liebe das. Wisst ihr, das ist die Aufgabe von uns Bibellehrern. Unsere Aufgabe ist nicht nur, euer Selbstwertgefühl zu stärken. Das gehört zwar dazu, aber manchmal müssen wir auch sagen, es ist an der Zeit, diese Einstellung aufzugeben. Unsere Aufgabe ist es, euch zur geistlichen Reife zu verhelfen, damit ihr der Gesellschaft gute Vorbilder sein könnt. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, euch 25 Wege aufzuzeigen, wie ihr alle eure Wünsche erfüllt bekommt. Jetzt fangt nicht an zu gähnen. Ich muss hier heute richtig ackern, um zu euch durchzudringen. Kommt das bei euch an? Jedem Menschen zur geistlichen Reife verhelfen. Bestimmt habt ihr schon Vorträge über die Macht der Worte gehört. Das, was die Bibel über das Mundwerk zu sagen hat, ist euch nicht neu. Ich wiederhole es trotzdem, Sprüche 18, Vers 21, wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Unsere Worte wirken sich nicht nur auf andere Menschen aus, sondern auch auf uns selbst. Je mehr Gutes wir reden, umso besser fühlen wir uns. Wisst ihr, dass unsere Worte sehr viel über uns offenbaren? Wenn ihr euch ein Bild von der geistlichen Reife eines anderen machen wollt, hört ihm mal ein bisschen länger zu. Verbringt einen Tag mit ihm und achtet darauf, was er sagt. Das vermittelt uns ein ziemlich gutes Bild. Wie viel tratscht die Person? Wie viele Geheimnisse anderer plaudert sie aus? Wie zuversichtlich ist sie? Wie negativ ist sie? Wie viel Zeit verbringt sie damit, über all das Schlechte in der Welt zu reden, statt darüber, wie gut Gott ist? Hey, hört zu. Ich weiß, wir haben Probleme in der Welt, aber ich sage euch das. Wir müssen uns in unseren Gesprächen nicht so sehr darauf versteifen, dass wir immer nur darüber reden und reden und reden. Gott ist immer noch Gott. Versteht ihr? Also, in 1. Korinther 3, Verse 1 bis 3, spricht der Apostel Paulus die mangelnde geistliche Reife seiner Leser an. Ab Vers 1, 1. Korinther 3, Vers 1. Liebe Brüder, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben, die noch nicht sprechen können. Was meint er bloß damit? Natürlich konnten seine Leser sprechen. Er sagt im Prinzip, ich weiß, dass ihr geistlich unreif seid, weil ich gehört habe, wie ihr untereinander redet. Wisst ihr, auch wenn ihr negative Dinge über euch selbst sagt, ist das ein Symptom von geistlicher Unreife. Sagt nicht, ich bin so dumm, sondern Jesus schenkt mir seine Gedanken. Sagt nicht, ich bin so hässlich, sondern ich bin im Bilde Gottes geschaffen und er erschafft keinen Müll. Versteht ihr? Sagt nicht, ich werde nie etwas Gutes erleben, sondern mir kann jeden Augenblick etwas Gutes widerfahren. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und Leben. Wissen Sie was? In unseren Worten wohnt dieselbe Kraft und dasselbe Leben. Deshalb sollten wir darauf achten, Dinge auszusprechen, die anderen Menschen guttun. Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter. Wir danken allen Spendern. Ohne Sie wäre diese Sendung nicht möglich. Möchten auch Sie mithelfen? Dann spenden Sie gerne einmalig oder unterstützen uns sogar monatlich. Ganz einfach unter joys-maier.de slash mithelfen Munich zu Hause. Ja. Ich habe diese Sendung nicht vergrößend. Ich habe die Sendung nicht vergrößend mit der Sendung nicht vergrößend. Also, aqueles die Sendung in der Sendung nicht vergrößend können. Zub PDF-RShare zu werden, ich freue mich einfach um dort. Ich habe diese Sendung nicht vergrößend. Möchten Sie? Bis zum nächsten Mal!